Das Wichtigste aus dem Radio-Regenbogen-Verkehrscenter. Nürnberg zwischen Kirchberg und Kreisheim eine Baustelle und deswegen 15 Kilometer stockend. A6 Nürnberg Richtung Heilbronn zwischen Kreuzweinsberg und Heilbronn-Neckars-Ulm, 5 Kilometer stockender Verkehr. A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen Vorsheim-West und Vorsheim-Ost, 5 Kilometer Stau. Der Gegenrichtung zwischen Heimsheim und Vorsheim-Ost, 11 Kilometer Stau. A61 Lübishafen Richtung Obelenz zwischen dem Rastplatz Sandberg und dem Kreuzfrankenthal, 8 Kilometer stockender Verkehr im Baustellenbereich. Die letzte Meldung von der A61 Problenz Richtung Mönchengladbach zwischen Wehr und dem Rastplatz Harterscheid, ebenfalls 8 Kilometer stockender Verkehr. Allen unterwegs eine gute und sichere Fahrt. Staus und Blitzer melden Sie kostenlos unter 08.200.600 oder über die Radio-Regenbogen-App. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020